Oh nein! Okay, ich schieße auf 3, 2, 1, jetzt, 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 euer Lieblingsformat ist wieder zurück. Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu, Alter, der Lobe ist ein Wahnsinn, es ist so laut, herzlich willkommen zu, Angetrashed, ich bin wieder da und ich hab mir ein, es ist das erste Mal bei Angetrashed das Spiel, das wir spielen, überhaupt nicht kenne, Waldmeister Sause XXL, Junge, ich hab keine Ahnung, wo es noch zukommt, ich weiß nicht mal, ob das ein Spiel ist, aber es sieht wild aus, auf zu Jagdmeister, Schützen, 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 ich hab keine Ahnung, was hier passiert, äh, it was free, und ich habe keine Ahnung, wo es abgeht, ich sehe nur einen Typen, einen Jäger mit seinem Dackel, ich sehe ein paar Köpfe von Viechern und es ist derbelaut, mein Aufnahmescreen ist mittendrin, ich hab einen Schützenkreis, mit dem ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, na gut, auf zur Jagd, hätte ich gesagt, nach dem gebe ich wieder so circa 15 Minuten Zeit, ich hab keine Ahnung, was hier passiert, Flinte wird geladen, What the fuck? Schieß! Wie lade ich nach? Wie lade ich nach? Ah! Ich hab keine Ahnung, wie die Steuerung funktioniert. Ah! Oh, ich hab nachgeladen. Ich habe ein Schwein erschossen. Es tut mir extrem leid. Eine Ente. Äh, äh. Oh, da sitzen welche. Oh, ich kann zur Wiese. Nein, ich kann nicht zur Wiese. Junge, was da alles läuft. Eine Flasche, eine Ente, ein... Alter, ich hab hier alles verschossen. Alter, das Spiel lagt auch komplett. Junge, was ist hier los? Also, es werden keine 15 Minuten. Ich glaub, das Spiel gibt nicht mehr 15 Minuten her. Upsi! Nein, der arme Maulwurf. Ich hab so Mitleid. Oh Gott. Warum mach ich das? Ich hab nur noch 10 Sekunden. Oh Lordy Lord. Oh nein, ich hab auf die Uhr geschossen. Das bringt mehr. Ich versteh halt nicht... Also, ihr mögt angetrasht halt echt gern, glaub ich. Angetrasht ist das Format mit den meistgesehenen Sachen von mir. Sie haben Punkte erreicht. Oh. Ich kann nicht mal tippen. Fah. Äh, fübel. Es lagt halt auch komplett. Komplett. War's das jetzt? Habe ich jetzt echt eine eigene angetrasht Folge gemacht. Nur für das... Okay, das sind die Meisterschützen. Schon verstanden. Schützenverein. Aha. Oh, da kann man die Musik ausschalten. Junge, der blinzelt. Der nicht. Der auch nicht. Ich... Ich melde mich gleich wieder, wenn es so was Neues von dem Spiel gibt. Ansonsten... Bleib mir einen zu sagen dazu. Nämlich... What the fuck war das jetzt? Ich lege jetzt die CD... Ich lege jetzt die CD ein. Da müsste noch mehr drauf sein. Da steht ja drauf. Die Ballerknallerbox. Muss ja mehr hergeben als nur so einen stumpfen... zum zum Moorhuhn abklatsch. Nur über meine Leiche wird das alles gewesen sein. Weil vielleicht... Irgendwie hoffe ich es auch ein bisschen. Äh, ich habe die XXL, das XXL an Waldmeistersause XXL gefunden. Waldmeistersause... Waldmeistersause Edelweiß... Äh... Das kann ich nicht lesen. Winter Edition... Mayong... Auf Mallorca... Pistenfieber... Weltreise... Was ist das? Das kann ich nicht anklicken. Das... Die Monitor ist sofort. Was wenn ich auf ihn klicke? Oh... Jetzt hat es mal Spiel beendet. Naja... Dann haus er wieder auf. Warum sieht der Bär... Horny aus? Naja... Ich habe keine Ahnung was abgeht. Helft mir... Helft mir bitte. Alter... Jetzt hängt es sich auf. Äh... Ich muss dieses Format umbenennen. Ich muss es... Michael versucht Spiele zu spielen. Die nicht funktionieren. Und... Schämt sich für sein Leben. Das Spiel ist abgestürzt. Gut... Das war... Waldmeistersause XXL. Wenn ich mir davon noch irgendwas anschauen soll, bitte sag es mir. Ansonsten war das wieder einmal... Marke frische Abenteuer Fresh Adventures. Ein kurzes, kurzes angetrasht. Muss aber dazu sagen... Kommt der... Der weiße Brillenputzer. Ihr liebt Fresh Adventures? Video mit den meisten aufgehoben... Mit den meisten Views auf meinem Kanal ist Fresh Adventures. Und relativ... Nah dahinter... Austrian Superheroes Challenge... Solche Geschichten. Ihr mögt das anscheinend. Also viel Spaß mit so einem Dreck. Ich hab noch keine Ahnung wie das Video aussieht. Äh... Aber... Gab euch wohl. Das war eine weitere Folge angetrasht. Ciao! iiiiiniiiin!